Bis auf Luisa waren alle da. Anfangs des Jahres gab es eine Überraschung. Anfangs des Jahres gab es eine Überraschung. Meine Schwester wohnt außerhalb der Stadt. Meine Schwester wohnt außerhalb der Stadt. Meine Schwester wohnt außerhalb der Stadt. Westlich der Stadt entsteht eine neue Autobahn. Westlich der Stadt entsteht eine neue Autobahn. Dank dir fahre ich nach Albanien. Dank dir fahre ich nach Albanien. Meine Wohnung liegt innerhalb der Stadt. Meine Wohnung liegt innerhalb der Stadt. Meine Wohnung liegt innerhalb der Stadt. Bitte antworten Sie innerhalb einer Woche. Bitte antworten Sie innerhalb einer Woche. Bitte antworten Sie innerhalb einer Woche. Nahe der Hauptstadt wohne ich. Nahe der Hauptstadt wohne ich. Mein Zimmer ist oberhalb der Küche. Mein Zimmer ist oberhalb der Küche. In dem Schrank seitlich der Vase liegt das Geld. In dem Schrank seitlich der Vase liegt das Geld. Seitlich der Schule gibt es einen Eiswagen. Seitlich der Schule gibt es einen Eiswagen. Seitlich der Schule gibt es einen Eiswagen. Erwartet seitlich der Bushaltestelle. Erwartet seitlich der Bushaltestelle. Erwartet seitlich der Bushaltestelle. Statt Mathe haben wir heute Physik. Statt Mathe haben wir heute Physik. Statt Mathe haben wir heute Physik. Taten statt schöner Worte. Taten statt schöner Worte. Taten statt schöner Worte. Trotz seines Fiebers geht Peter nicht zum Arzt. 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 Trotz der Hitze gingen sie wandern Trotz der Hitze gingen sie wandern Trotz meines Urlaubs muss ich heute arbeiten Trotz meines Urlaubs muss ich heute arbeiten Trotz meines Urlaubs muss ich heute arbeiten Mein Zimmer ist unterhalb des Dachbodens Mein Zimmer ist unterhalb des Dachbodens Mein Zimmer ist unterhalb des Dachbodens Sie können via München nach Salzburg fahren Sie können via München nach Salzburg fahren Antworten Sie Frau Mell bitte via E-Mail Antworten Sie Frau Mell bitte via E-Mail Antworten Sie Frau Mell bitte via E-Mail Unser Haus befindet sich abseits der Stadt Unser Haus befindet sich abseits der Stadt Unser Haus befindet sich abseits der Stadt Abseits der Stadt gibt es kaum Population Abseits der Stadt gibt es kaum Population Abseits der Stadt gibt es kaum Population Sie bewegte sich abseits der bekannten Regeln Sie bewegte sich abseits der bekannten Regeln Sie bewegte sich abseits der bekannten Regeln Er kämpfte auf Seiten des Guten Er kämpft der Aufseiten des Guten Beiderseits der Brücke gibt es Fischerdörfer Beiderseits der Brücke gibt es Fischerdörfer Es geht ihr den Umständen entsprechend Es geht ihr den Umständen entsprechend Martins Wunsch entsprechend Martins Wunsch entsprechend Martins Wunsch entsprechend Inmitten meiner Freunde fühle ich mich wohl Inmitten meiner Freunde fühle ich mich wohl Tobias läuft mit seinem Hund die Straße lang Tobias läuft mit seinem Hund die Straße lang Tobias läuft mit seinem Hund die Straße lang Längs des Flusses joggt es sich am besten 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 Längs des Flusses gogt es sich am besten Und dann sagen wir natürlich die Straße am besten